Herzlich willkommen im Seniorendorf Raineri, Ihrem Spezialisten für häusliche Kranken- und Altenpflege in Waldbröl. Idyllisch gelegen bietet Ihnen unsere modern geführte Einrichtung einen maßgeschneiderten Service, von der Tagespflege und Essen auf Rädern, über betreutes Wohnen bis hin zur Intensivpflege. Unser geschultes, engagiertes Personal sorgt für ein wohnliches Zuhause in familiärer Atmosphäre. Gerne sind wir auch für Sie da. Rufen Sie uns an! Untertitelung des ZDF, 2020